Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und wir besprechen hier jede Woche gemeinsam, also ich alleine, aber ich stelle mir vor, ihr seid dabei, alles, was uns politisiert, was jeden Tag über Politik gesprochen wird, ganz aufgeregt, aber keine politischen Folgen hat und erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und auch alles Gute für dieses neue Jahr, auch wenn ich befürchte, dass es politisch eher ein schwieriges Jahr sein wird. In der letzten Folge hatten wir einen etwas längeren Jahresrückblick auch gemacht und vielen Dank erstmal da für die vielen Rückmeldungen und Nachrichten auch dazu. Euch ist aufgefallen, dass ich mich ausdrückmäßig ein bisschen an Wolfgang Schmidt orientiert habe. Ein Kommentator hat sogar geschrieben, schön, letzte Woche bei Jacobin Talks war Rex Gildo. Jetzt wusste ich nicht, dass Jacobin auch Carmen Nebel eingeladen hat, also er glaubt jetzt wieder an Wunder, auch schön. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ihr den Joke verstanden habt und ja, aber auch, dass euch einfach der Jahresrückblick gut gefallen hat und ich freue mich jedes Mal wieder über Kommentare, kritische Kommentare, aber eben auch über jene, die zum Beispiel sagen, einen Kommentar fand ich besonders schön auf YouTube, die geschrieben hat, dass sie sich eigentlich sehr ohnmächtig fühlt, also eine gewisse Ohnmacht und dass Hyperpolitik diese Art von Ohnmacht allein zu sein gut beschreibt, dass es das gut auf den Begriff bringt, aber das, und das versuchen wir ja auch immer in jeder Folge, zu zeigen, wie es eben auch trotzdem anders gehen kann, weil man sonst ziemlich schnell in diesem Begriff Hyperpolitik und in dieser Einsamkeit, dass alles sehr hochpolitisiert ist, aber man dagegen wenig tun kann, dass man da drin so stecken bleibt. Und insofern würde ich mir vornehmen oder wollte ich euch auch gleich zu Beginn sagen, vorzunehmen, vorzunehmen, in dem kommenden Jahr auch nochmal stärker nicht nur Gäste einzuladen, sondern eben auch vor allem Gäste, die beschreiben können, wie es anders gehen kann. Also, dass wir diesen kulturpessimistischen Ort auch ein bisschen aufhellen können und ich habe da schon viele Ideen auch, das werde ich dann jetzt im Laufe dieser Folge auch so ein bisschen erläutern, nicht nur, was ich glaube, was der Ausblick politisch für das kommende Jahr so bietet, sondern auch, was ich mir vorgenommen habe für Hyperpolitik, welche Gäste ich schon angefragt habe, einfach um schon mal so ein bisschen einen Ausblick für euch auch zu geben, damit das Ganze nicht so dramatisch wirkt, dass man wirklich gar nichts tun kann, denn so ist es ja tatsächlich nicht. Und ich habe jetzt über die Feiertage und in den rauen Nächten nochmal Hyperpolitik gelesen von Anton Jäger und hatte da auch nochmal so ein paar Ideen, die ich jetzt in dieser Folge mit euch teilen wollen würde. Aber zunächst einmal die kurze Nachricht, die Medien der Woche. Ich fand, diese Woche oder in den ersten Tagen des Jahres hat definitiv die Polizei Berlin den Vogel abgeschossen. Also ich fand, dass wirklich die schönsten Nachrichten auch, die hatten einen besonderen literarischen Wert, aber auch einen besonderen politisch-humoristischen Wert haben sie ja häufig. Also die Polizei Berlin, die manchmal Sachen twittert und man fragt sich ja sowieso, warum eigentlich? Warum muss die Polizei überhaupt auf Twitter irgendwas schreiben? Aber in dem Fall war es besonders schön, kurz den Kontext zu erklären. Ich hatte ja auch in dem Jahresrückblick nochmal gesagt, dass die Silvesternacht vor allem, dass da der Augenmerk drauf liegen wird, weil die vergangene Silvesternacht im vorangegangenen Jahr ja so für Wirbel gesorgt hat, insbesondere in Berlin, die moralische Panik, die Moral Panik der Konservativen ist aufgeflammt. Und insofern wusste man schon, okay, diese Silvester wird dann wieder, da gucken dann wieder alle drauf, was passiert in Neukölln, also wirklich, was für, befinden wir uns in bürgerkriegsähnlichen Zuständen und so weiter. Das wurde ja sehr, sehr hochgeschrieben, hochgepusht, auch im letzten Jahr. Insofern dieses Jahr besonderer Augenmerk da drauf. Alle haben geguckt, was twittert jetzt die Polizei Berlin. Und sie hatten wirklich zwei wunderschöne Nachrichten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Einerseits, eine Nachricht, also Hashtag Neukölln, Hashtag Silvester110, in Neukölln böllern die Nachbarn. Okay, Wahnsinn, also ich würde sagen, dass es in jedem Fall eine Nachricht wert hat, auch jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich den Screenshot gemacht habe, 350 Likes. 70.000 Leute haben sich das angeguckt, sehr wichtig. Auf jeden Fall in Neukölln böllern die Nachbarn. Und dann drei Stunden später, zehn Personen sollen vor einem Späti in Neukölln stehen. Hashtag Silvester110. Also den finde ich noch viel schöner, weil es könnten tatsächlich zu jeder Tages- und Nachtzeit in Berlin zehn Leute vor einem Späti stehen. Aber um zwei Uhr morgens an Silvester ist das natürlich besonders relevant. Und ja, also ich sage euch das nur zur Beruhigung, wenn man jetzt den Kanal von Julian Reichelt angeguckt hätte, diesen, wie soll ich sagen, es ist ja kein Nachrichtenkanal, es ist ja einfach nur rechte Propaganda, News. Ich habe jetzt erst verstanden, dass dieses NIUS tatsächlich einfach News heißen soll. Also so wahnsinnig bekloppt. Wenn man diesen Kanal anschaut, würde man tatsächlich denken, Berlin liegt in Schutt und Asche. Also sie haben es wieder geschafft, durch wenige Aufnahmen ein Bild zu zeichnen, das dann so wirkt, als wäre Neukölln jedes Jahr wirklich, als würde es zerstört werden. Sie haben es aber dieses Jahr nicht geschafft, eben die gleiche Panikmache da herzustellen, weil tatsächlich, und ich will jetzt gar keine Angriffe oder gar keine mit Pistolen schießen, die dann irgendwie so Silvesterkrache haben oder auch Angriffe auf Menschen, die im Krankendienst arbeiten oder bei der Polizei arbeiten, jetzt gar nicht kleinreden. Aber ich habe es jetzt eben auch nochmal in den Nachrichten gesehen. Also 32 Fahrzeuge haben gebrannt innerhalb von 30 Stunden. Das ist jetzt nicht nichts, aber es ist jetzt nicht so, als wäre die Stadt komplett unbefahrbar. Also ich kann euch alle beruhigen, die U-Bahnen fahren noch, es stehen auch noch Autos hier. Auch wenn man Julian Reichelt, der mehr Angst hat vor migrantischen Männern, die tanzen als wahrscheinlich vor allen anderen Dingen im Leben. Also ich glaube, man kann es so ein bisschen runterkochen. Es ist natürlich jedes Jahr wieder, dass sehr viel Druck ausgelassen wird und dass es sehr viele Verletzte gibt und sehr viel Dreck und so weiter. Und dennoch muss man wirklich sagen, dieses Jahr war es nicht ganz so ork. Und ja, ich glaube, die Polizei-Twitter-Nachrichten zeigen das auch ganz gut, dass wenn die einzige Nachricht ist, dass zehn Leute vor einem Späti stehen, dann ist das eher der Normalfall. Also ich kann euch beruhigen, alles gut, keine Panik. Und was man aber auch an den ersten Tagen jetzt schon wieder gemerkt hat, wenn man durch die Kioske gegangen ist, also ich bin mal viel an Bahnhöfen unterwegs, habe mir viele Zeitschriften angeguckt, was sind so die Themen, was sind so die Titelblätter in dieser Zwischenzeit. Also es ist ja auch immer so ein bisschen so eine saure Gurkenzeit, die gibt es im Sommer, aber die gibt es auch zwischen den Jahren. Und dann fragt man sich, was titeln eigentlich die Magazine? Und es war sehr, sehr häufig, fand ich, auf mehreren Magazinen jetzt die Warnung vor dem Faschismus und vor dem Jahr der rechtsautoritären Wende, vor den Wahlen. Also es gab mehrere Titelseiten mit Viktor Orban, mit Donald Trump, mit Alice Weidel, Höcke. Also wirklich häufiger oder also wirklich auffällig häufig Titelblätter, die eigentlich vor dem kommenden Jahr und vor den nächsten Wahlen gewarnt haben, was zwei Dinge ganz gut zeigt, würde ich sagen. Und wir hatten auch schon mal so ein ähnliches Titelblatt bei Jacobin, da habe ich dann auch dran gedacht, aber wir haben das eben im letzten Frühjahr schon gehabt und das auch leicht ironisiert, falls ihr euch an das Cover erinnert. Ich sehe es gerade, nämlich da vorne, dass wir versucht haben, ein Familienbild zu zeichnen, der nationalen, internationalen, aber eben das Ganze nicht so dramatisch aufzuladen, nicht so zu dämonisieren auch, sondern eher sich auch ein Stück weit darüber lustig zu machen, ohne das Ganze jetzt komplett ins Lächerliche zu ziehen, aber trotzdem diese rechten Figuren, die ja nun mal wirklich auch einfach was Absurdes in sich tragen, also Trump oder Milai oder, also haben ja einfach auch so eine komplett irre Art gleichzeitig, nicht nur wegen ihrer Haare, sondern auch sonst. Und dass man das Ganze nicht so, nicht nur ernst nimmt und nicht so arg dämonisiert. Und das war bei diesen Titelseiten jetzt aber sehr stark so, also so in dunklem blauen Licht, alle sind besonders böse. Und ich glaube, es zeigt eben zwei Dinge. Also einmal, man hat zwischen den Jahren kein anderes Thema, man überlegt sich, okay, was könnte im nächsten Jahr kommen. Und das Erste, woran Journalistinnen und Journalisten denken, sind halt Wahlen. Weil Wahlen etwas sind, was politische Verhältnisse festigt und was sozusagen so ein Kräftemessen ist der politischen Parteien. Das sagt über ganz viele Dinge eigentlich noch nichts aus und trotzdem orientiert unser politischer Jahreskalender ebenso nach Wahlen. Und ich glaube, dass viele Redaktionen sich gedacht haben, wären, ah, es sind im November Wahlen in den USA, es sind Europawahlen und es sind Wahlen im Osten. Und das sind diese Punkte, die für viele, die politisch denken und damit meine ich politisch institutionalisiert denken, weil ich glaube, jeder Mensch denkt politisch, aber eben das, was Redaktionen sich denken, sie denken in Wahlterminen. Und dann merken sie, ach, oh je, es könnte ja tatsächlich sein, dass bei den kommenden Wahlen viele rechte Parteien oder Kandidaten gewinnen. Und das stimmt natürlich auch und deswegen machen diese Magazintitel auch insofern irgendwie Sinn, weil sie natürlich etwas erfassen, was im ganzen Jahr passieren könnte, nämlich ein Stückweise auch Geländegewinne von Rechten, das sich dann in so Wahlen manifestiert. Aber es zeigt eben auch, dass das jetzt so ganz ruckartig wiederkommt, obwohl das natürlich überhaupt nichts Überraschendes hat und dann halt so dämonisiert wird. Und das hat damit zu tun, würde ich sagen, es gibt so eine bürgerliche Faszination auch mit diesen faschistischen Elementen oder auch mindestens mit so rechtsautoritären Elementen, weil man weiß, das ist dann mal wieder etwas anderes als das, was wir im politischen Alltag haben. Also so ein Stück weit zeigen diese Cover auch immer so eine Art Lust und Sehnsucht auch nach diesem etwas politisch Andersartigen, weil sonst würde man Höcke nicht jedes Mal so in so einer leichten, in so einer leichten, ironisierenden Hitler-Konfiguration zeigen. Also man will schon auch immer so ein bisschen, man sehnt sich auch so ein Stück weit nach den extremeren, polarisierenderen Zeiten. Ich glaube, das ist etwas, wo man sowieso immer aufpassen muss, wenn man in den Medien arbeitet, wie man über die Rechten spricht, dass man sie nicht überhöht und gleichzeitig jetzt nicht kleinredet. Aber bei diesen Covern merkt man es eben immer sehr, sehr stark, dass dieses Dramatische und auch die Lust, das merkt man auch bei Artikeln über Kriegen zum Beispiel, dass es auch so ein bisschen Lust nach der Zerstörung des Alltäglichen gibt. Und das ist jetzt nicht per se einfach auf den Punkt gebracht, Hyperpolitik, aber man kann schon so sagen, das ist etwas, was in der Tendenz schon immer irgendwie so war, dass bürgerliche Kräfte auch bei Kriegszuständen, bei den Weltkriegen, aber auch sonst vor Faschisierung, so eine leichte Faszination eben auch immer mitschwingt, weil das von der Ideologie her etwas sehr, sehr Extremeres, etwas sehr, sehr viel Krasseres ist, was eben aus diesem Postpolitischen, also von dem sehr Technokratischen, was ja die Phase auch vor Hyperpolitik beschreibt, zumindest wie Anton Jäger das definiert in Hyperpolitik, dass man das definitiv verlässt, also weil man darauf auch keine Lust mehr hat. Und man spürt in den Medien eben immer wieder auch so eine, wie gesagt, gewisse Lust daran. Und was ich mir auf jeden Fall vornehmen werde fürs kommende Jahr, weil uns das auf jeden Fall auch weiterhin beschäftigen wird, dass die, insbesondere auch die bürgerlichen Medien, aber auch viele andere Kommentatoren, habe ich das Gefühl, immer noch sehr, sehr naiv, wenn sie es denn dann doch beschreiben, trotzdem immer noch nicht auf den Punkt bringen können, was ist jetzt eigentlich die politische Strategie gegen den aufkommenden Rechtsruck. Also sowohl in Europa als auch im Osten stehen wir immer noch davor wie das Kaninchen vor der Schlange. Und ich glaube, ich würde eine Folge noch mal dezidiert dazu machen, welche Strategie kann funktionieren, welche funktioniert auf gar keinen Fall und aus welchen Gründen glaube ich das. Also eine Umfrage jetzt in Sachsen hat gezeigt, dass die AfD die stärkste Kraft ist und dass eigentlich die einzige demokratische Alternative oder Option nur sein kann, eine Koalition zwischen CDU und Linke, beziehungsweise dann denken viele CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht oder CDU und Grüne und alle anderen, zum Beispiel SPD bei drei Prozent, spielt keine Rolle mehr. Also es ist natürlich ein wahnsinniges Warnzeichen und auch ein wahnsinniges Fiasko und auch einfach eine Zwickmühle, vor der man tatsächlich steht, sowohl in Sachsen als auch in Thüringen. Wenn die Alternative ist, CDU und Linke müssen koalieren, um eine AfD-Regierung zu verhindern, dann ist das objektiv eine schwierige Lage, die man jetzt nicht einfach, wo man nicht einfach sagen kann, finden wir super alle demokratischen Kräfte gegen die AfD super und wo man aber auch nicht einfach sagen kann, macht man auf gar keinen Fall, weil man muss sich ja schon überlegen, wie man das verhindert und ich glaube, da wäre es nochmal gut in einer Folge, das werde ich dann machen, nochmal genauer zu besprechen, was ist dann eigentlich, welche Argumente sprechen dafür und in welcher Zwickmühle befindet man sich da, was könnte jetzt, wo wir noch ein paar Monate Zeit haben, es ist ja jetzt nicht so, dass wir davor stehen und jetzt die nächsten zehn Monate nichts mehr passieren darf, was könnte man stattdessen tun, weil so wie die Zahlen jetzt sind, ist es in der Tat eher dramatisch und genauso im Vorgang jetzt der US-Wahlen, die im November stattfinden, wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass sich die Liberalen sehr, sehr stark darauf einschießen werden, Trump ist der Faschist, wir müssen aufpassen, vielleicht können wir ihn mit juristischen Mitteln irgendwie stoppen, kann man eben nicht, man kann rechte Bewegung nur politisch stoppen, man kann nicht versuchen, durch irgendwelche Umgehungsverfahren politischen Unmut irgendwie zu unterdrücken und im Zweifel wird es wahrscheinlich, würde ein AfD-Verbotsverfahren zum Beispiel die AfD stärken und wahrscheinlich auch Trump weiter stärken, weil man weiterhin versucht, sich rein auf der juristischen Ebene damit auseinanderzusetzen, das wird nicht funktionieren und selbst wenn Trump nicht gewinnt, wird er die nächsten zehn, elf Monate krass dominieren in den Medien und allein der Diskurs darum, was es bedeuten würde, wenn Trump wieder gewinnt, wird so heftig dominant sein, dass andere Alternativen oder dass andere Möglichkeiten oder auch Kritik an dem jetzigen Politikstil von Joe Biden und Kamala Harris einfach nicht möglich sein wird. Also das wird so, dieser Diskurs über den rechten Aufstieg wird so dominant sein, dass wir es ganz, ganz schwer haben werden, zu kritisieren, was eigentlich dazu geführt hat und das wird, ja, bedarf wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal ein paar einzelne Sendungen und was ich mir auch vorgenommen habe fürs nächste Jahr, ist etwas mehr über Kultur und Kulturphänomene, auch über Bücher und Filme zu sprechen, das hatte ich ja schon beim Jahresrückblick so ein bisschen angedeutet, nämlich jetzt auch nochmal, als ich Anton Jägers Buch gelesen habe, der sehr, sehr viel in seinen Beobachtungen von so Autoren wie Hulbeck nimmt, den ich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht so ausufern zitieren würde, aber man kann, glaube ich, schon an vielen, an Gegenwartsliteratur oder auch an Gegenwartskultur, an Filmen schon auch zeigen, was eigentlich Hyperpolitik auch bedeutet. Also das würde ich definitiv ein bisschen mehr einfließen lassen. Zum Beispiel habe ich dann im letzten Jahr Napoleon geguckt und das war auch interessant zu sehen, inwiefern da die Masse oder Massenpolitik vorkommt, eben als, ja, in der französischen Revolution einfach als großer Unmut, als großes Abschlachten und Guillotinieren. Aber die Essenz oder die Moral von der Geschichte in dem Fall, in dem Film und der hat mindestens, der hat ja fast drei Stunden, also es war genug Zeit, sehr viel zu erzählen, ist eigentlich, Massenpolitik bringt nichts oder Massenaufstände bringen nichts. Sie führen eigentlich nur dazu, dass am Ende wieder nur eine Figur, in dem Fall Napoleon, die Sache richten muss und das ist ziemlich verkürzt. Da gibt es auch eine gute Jacobin-Rezension zu dem Film und da habe ich eben auch nochmal gemerkt, es ist gut zu zeigen, wie auch so historische, also Filme über historische Ereignisse, aber mit der Brille der Gegenwart gesehen, unsere Gegenwart auch interpretieren. Also man könnte es eben auch lesen als eine Art von, die Massenpolitik ist gescheitert, Occupy Wall Street, Black Lives Matter, auch die Klimabewegung sind gescheitert und jetzt die politische Schlussfolgerung, wenn man diesem Napoleon-Film eben glauben mag, ist dann, okay, es braucht dann diese eine, das ist einfach der Gang der Geschichte aus gescheiterten Massenprotesten, werden dann wiederum Herrschaft von einzelnen, von autoritären Figuren, die das Ganze dann wieder historisch richten müssen und was es da eigentlich für Zwischenstufen gibt, nämlich auch für demokratische Versuche dazwischen, das kommt in dem Film überhaupt nicht vor, auch die Widersprüche des Ganzen kommt in dem Film überhaupt nicht vor und die Quintessenz ist eben eigentlich nur, man kann aus Massenpolitik nichts anderes machen und so ein bisschen ist das ja auch das, was wir im Gefühl haben, irgendwie ist aus Occupy Wall Street, irgendwie ist aus der Klimabewegung jetzt nichts politisch geworden und das ist aber ja kein Naturgesetz, dass das so sein muss, dass Massenpolitik scheitert und wir uns jetzt eben in dieser Phase von Hyperpolitik befinden, aus der dann autoritäre Regierungen hervorgehen, sondern dass es da ja auch diese Zwischentöne gibt und ich glaube auch da kann man eben, wenn man sich ein paar Serien und Filme, auch unsere Gegenwart anguckt, kann man da auch sehr viel daraus ziehen, also das werde ich in jedem Fall auch machen und auch interessant, wenn man dem glauben mag, da möchte ich euch gerne noch eine Umfrage des RBB zeigen, der auch die Runde gemacht hat und zwar wurde gefragt, was sich die Deutschen 2024 von der Politik wünschen und überraschenderweise ist es nicht, das wird jetzt für einige CDU- oder FDP-Liebhaber schwierig sein zu glauben, es ist nicht, ob es um Gendern geht, das an Schulen oder Ämtern verboten wird, es geht nicht um darum, wie überhaupt gegendert wird, was man sagen darf, es geht um diese ganzen kulturkämpferischen Fragen überhaupt nicht, nämlich was sich die Deutschen von der Politik wünschen sind. Ganz vorne mit dabei, 57 Prozent Bekämpfung der Inflation, also ist eigentlich genau auch das, was ich in dem Jahresrückblick gesagt habe, dass das das Thema war, das eigentlich für die realen Leben sehr bestimmend war, aber in den Medien viel zu wenig vorgekommen ist. Die meisten Leute wünschen sich nach wie vor eine Bekämpfung der Inflation, auch wenn sie nicht mehr so hoch ist wie vorher, nichtsdestotrotz sind eben die Folgen, die Effekte ja immer noch stark zu spüren. Also die Mieten sind ja nach wie vor hoch oder die Lebensmittelpreise sind ja nach wie vor hoch. Insofern nicht überraschend dieses Ergebnis und 55 Prozent wünschen sich bezahlbaren Wohnraum. Also auch das ist einfach noch nicht verwunderlich, ein Thema, das nach wie vor stark ist, weil selbst wenn die Mieten jetzt nicht sprunghaft steigen, sie sind ja konstant sehr, sehr hoch und der Wohnungsmangel ist eben auch nichts, was sich jetzt plötzlich auflösen würde, sondern was einfach jahrelanges Politikversagen bedeutet und eben auch jahrelanges Aufbauen jetzt bedeuten würde. Also das Gegenteil von Hyperpolitik, von schnellen Reaktionen, ist nämlich eigentlich von langfristigen Politikvorschlägen und an dritter Stelle gesicherte Rente und Energieversorgung. Und wenn man sich jetzt die ersten drei Themen so anguckt, würde man sagen, wäre ja schön, schade, dass wir keinen SPD-Kanzel haben oder eine Partei, die sich das auf ihre Fahnen schreibt. Also die große Paradoxie ist eben, dass mit der SPD schon eine Partei regiert, die zumindest ihrem eigenen Anspruch nach genau diese Themen eigentlich angeht, aber es eben nicht nur nicht macht, sondern behauptet, es zu tun, aber dann das Gegenteil tut. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass eine Partei wie die SPD immer wieder sagt, sie sei sozial und hat auch so einen Jahresabschluss gemacht und wir haben dieses erhöht und jenes und lalala. Am Ende kommt aber eigentlich raus, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, Deutschland als eines der Industrienationen den höchsten Reallohnverlust in den letzten Jahren erlebt. Hohe Energiepreise, hohe Lebensmittelpreise und jetzt, das kam auch an den ersten Tagen des Jahres raus, dass vor allem Geringverdiener und durchschnittliche Verdiener steuerlich weiter belastet werden, während eben Reiche steuerlich eher entlastet werden. Und das ist etwas, wo man auch sagen muss, selbst wenn die FDP aus der Regierung austreten sollte, was aber jetzt die Mehrheit der FDP-Mitglieder zumindest ganz, ganz knapp nicht so entschieden hat, selbst wenn es passieren sollte, sind die Effekte der Politik der FDP so, so stark, nachhaltig stark, dass es vollkommen egal ist, ob sie jetzt, wie sie in den Wählerumfragen positioniert sind. Also selbst wenn Christian Lindner nur noch 20 Prozent der Menschen vertrauen, also was nachvollziehbar ist, dass nur noch jeder Fünfte denkt, das ist ein guter Finanzminister. Es ist eigentlich egal, es ist für die Politik der FDP, die einfach von einem Klassenstandpunkt her sehr, sehr stark Klassenkampf von oben betreibt, ist es vollkommen irrelevant, ob die Bevölkerung ihm vertraut oder nicht oder ob die Hälfte der FDP-Mitglieder rausgehen will oder nicht. Das sind alles Umfragen, die Schall und Rauch sind, die morgen wieder vergessen sind, weil das Nachhaltige, was passiert ist, dass in dieser Legislatur es so sein wird, dass die Reichen geschont worden sind und dass die Normalbevölkerung darauf zahlen musste. Insofern, ja, besonders dramatisch, wie gesagt, weil die SPD aber das Gegenteil behauptet und so der Bevölkerung weismachen will, dass sie irgendwie auf dem falschen Dampfer ist, aber alle spüren es in ihrem Leben. Und wenn der Gap zwischen dem, was die Politikerinnen und Politiker sagen und dem, was tatsächlich passiert, so viel größer wird, dann steigt in jedem Fall auch die Frustration. Was bei der Umfrage relativ weniger geworden ist, das ist auch dramatisch, 38 Prozent sagen, dass sie sich 2024 die Bekämpfung des Klimawandels wünschen von der Politik. Also das ist zurückgegangen und das kann man eben auch sehr stark darauf zurückführen, das hatte ich auch in dem Jahresrückblick, dass Klimapolitik an Glaubwürdigkeit verloren hat, dass sie auch durch das Heizungsgesetz und vieles andere an Seriosität verloren hat und auch durch teilweise auch das, was die Klimabewegung tut in ihren Aktionsformen, dass einfach die in der Gunst dessen, was die Bevölkerung will, das gesunken ist, während eigentlich die Dramatik ja weiter steigt. Und das ist auch eine Paradoxie unserer Gegenwart, dass die politischen Verhältnisse eigentlich nicht zu den realen Notwendigkeiten passen. Also auch das wird uns in den nächsten Monaten, werden eigentlich auch diese Themen weiterhin bestimmend sein und ich werde versuchen, weiterhin nicht zu viel auf die kulturkämpferischen Auseinandersetzungen zu gehen, weil die ja ohnehin schon so dominant sind und das nicht einfach nur zu spiegeln, sondern die realen Themen und die realen Wünsche auch dessen, was Menschen bewegt, mehr zu bespielen. Und damit kommen wir zum Schluss, nämlich dem, was ich auch an positiven Dingen im nächsten Jahr auch bei Hyperpolitik etwas stärker einbinden will, weil wirklich viele gesagt haben, sie finden es toll, dass Gäste kommen, Gäste, die auch direkt aus Streiks sprechen, also zum Beispiel die Folge mit Ryan Plocher, mit dem streikenden Lehrer, mit Helena Steinhaus von Sanktionsfrei, die sind sehr gut angekommen, weil es dann um Menschen geht, die tatsächlich etwas tun und tatsächlich etwas bewegen, jenseits eben dieser hyperpolitischen Blase und deswegen habe ich mir vorgenommen, mehr Gäste einzuladen. Das bedarf immer etwas Planung, aber ich werde das versuchen. Also zum Beispiel Streiks von der Krankenhausbewegung hier in Berlin, von Menschen, die sich wirklich langfristig organisieren gegen den Pflegenotstand, auch einen Rückblick oder auch einen Ausblick der TV-Stutt-Bewegung. Also bin mit denjenigen in Kontakt, die jetzt monatelang versucht haben, überhaupt einen Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte auch zu organisieren, was nicht funktioniert hat. Also da muss man sich ja auch fragen, was war eigentlich da los? Haben die Gewerkschaften das nicht weitgehend genug unterstützt? Warum kann man da keinen Druck aufbauen, gerade im akademischen Milieu? Also es gibt, glaube ich, da auch immer noch viel Bewegung, die Menschen im Handel streiken, immer noch, also würde gern mit jemandem sprechen, der oder die im Handel arbeitet, das wirklich seit fünf Monaten streiken, die Kolleginnen und Kollegen in einem Bereich, der besonders prekär zu organisieren ist. Also auch das, finde ich, könnte man durchaus nochmal extra und nicht nur ich so nebenbei in einem Nebensatz erwähnen. und eben auch, das haben sich viele gewünscht und ich habe es jetzt auch nochmal nachgelesen bei Hyperpolitik, was dezidiert als Anti-Hyperpolitik genannt wird, sind auch politische Erfolge, die auf jahrelange Aufbauarbeit basieren, zum Beispiel bei der Partei der Arbeit in Belgien oder der KPÖ in Österreich und da haben sich eben auch viele gewünscht, dass man da oder dass ich da auch nochmal stärker auf die Positivbeispiele eingehen könnte, die, wie gesagt, Spoiler, jahrelange Aufbauarbeit bedürfen und jetzt keine kurzfristigen Lösungsmöglichkeiten bieten, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wichtig sind, um das, was wir Hyperpolitik nennen, auch willentlich zu brechen und insofern eine kleine Vorausschau dessen, was ich in den kommenden Monaten plane zu tun und auch Gäste zu haben, die darüber berichten werden. Ich werde in jedem Fall, das kann ich euch auch schon mal sagen, mindestens bis zur Europawahl, bis Juni weiterhin jede Woche Hyperpolitik aufnehmen. Also ich, das diszipliniert mich sehr, das ist auch gut, das zu tun und danach schauen wir mal weiter, wie es so gelingt. Also ich bin ja eben ein bisschen selbst darin eingebunden, wie dieses Ergebnis so ausgeht, deswegen kann ich euch nicht 100 Prozent versprechen, dass das oder wie, in welcher Form es danach weitergeht, aber bis dahin werde ich in jedem Fall versuchen, weiterhin Hyperpolitik zu betreiben und wie gesagt, an diese Folge jetzt nur eine kleine Vorausschau aufs nächste Jahr. Ich hoffe, auch das hat euch gefallen. Soweit, ab nächster Woche geht es dann wieder weiter mit einem dezidierten Thema, das ich mir aussuche, vielleicht ja eben auch schon mit einem Gast, wenn ich es hinbekomme und ich freue mich, wie gesagt, sehr auf eure Kommentare, auch auf das, was ihr euch vielleicht wünscht fürs nächste Jahr, auf Gäste, die ihr mir vorschlagen, gern vorschlagen wollt, Ideen, die ich vielleicht jetzt noch nicht hatte. Ich freue mich über jeden Kommentar und wenn ihr die Seite, wenn ihr Jacobin auf YouTube abonniert, dann bekommt ihr auch jede Folge neu, dann klingelt es und dann bekommt ihr jede Folge neu zugespielt. Also ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder mit dabei seid und ich freue mich auf die nächste Folge und sage also, bis dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.